Es ist kein Traum Eine Erinnerung, und sie macht mich ganz krank Vergiss es, und jetzt, Konzentration, warte, du schwebst wieder, schwererlos, eine Schiffre, entspann dich Feuer, ich bin in der Höhne Vergiss das, gib diese Erinnerung auf, sie ist unproduktiv, lass es, geh ins Wunderland Ich kann nicht, ich bin gefangen Ich ging früher Zagel, das Männchen hat schwerer Verbrennung, dann rufen sie einen Arzt Wird sie wieder gesund? Nein, lösche diese wahre Vorstellung Vergiss es, geh ins Wunderland Lieber nicht, Doktor, mein Wunderland liegt in Trümmern, für mich ist es tot Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein Also, Alice, wo bist du? Ich segle, mit einem Freund Es ist irgendwie anders, alles hat sich verändert Veränderung ist gut, das erste Glied in der Kette des Vergessens Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt Kaninchen? Das ist nicht richtig, was machst du da? Stimmt was nicht? Was war's nicht? Oh nein, du wirst nicht Wehr dich nicht Verdärm, es bringt mich um Das Wunderland ist zerstört Mein Verstand, eine Ruine Vergiss, Alice Verdränge dies mit der Wache So, Alice, es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampfrahme Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut Von meinen Erinnerungen wird mir übel Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge Aber ich will vergessen Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen Ich werde dich befreien, Alice Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen Das sagten sie bereits, ziemlich oft Und... Und ich sage es erneut Für die Vergangenheit muss man zahlen Also, vor unserer nächsten Sitzung Besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke Natürlich, Doktor Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice Also, Charlie Dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug Lass es uns vergessen, Charlie Die Vergangenheit ist tot, Charlie Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war Du bist jetzt daheim, Charlie Entspanne dich Du schwebst Hör zu Hör zu 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Weise. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Doktors Liebling. Zu gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Steht an der Ecke Butchers Alley. Könne ich, glaube ich. So ein ziemlich offenes Mädchen sein. Auch nicht das richtige Wort. Die will ja richtig wachsen. Arbeitet die auch mal? Wo ist ihre Plakette? Ist nicht wohl zu fein für uns. So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Er versorgen. Hallo Kätzchen. Miez, miez, miez. Hab keine Angst. Lust auf den richtigen Dach? Kein Windelnwechsel. Sie wirken wie ein Mensch. Deshalb schieß ich auf, wenn wir das nicht machen können. Können wir das nicht durchführen? Pelzigen Wesen in dunklen Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Ich weiß nicht. Musik Heiliger Bim Bam, Alice Liddell. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless. Welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen. So wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. Zehn Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Triemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer. Ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschärft? Wo wär sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Kindern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hübsche schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören. Alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch. Ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinen Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spürt total verrückt. Vergiss den eigenen Namen manchmal. Hab ich gehört. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, hab ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Ich muss mir deine Kehle befeuchten. Hübsche Filme, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie gespielt? Drauf! Trailar? Was ich trinken? Verdammt? Verdammt! WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Du bist ein halber Frosch. Du bist ein halber Frosch. Du bist ein halber Frosch. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oh oh und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesem Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem Großen selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie im Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Oh! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Vorpal-Klinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Fliehen oder kämpfen ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Ich bin nicht hierhin. Ästlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unsteht. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. dBm Fröhliche Dabd Dabd Was ist das? Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich hab keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffere ihn was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise, ähm, diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Littereien. Das war's für heute. 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 Denk an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Das war's für heute. 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 Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue es noch Dickens. Bis zum nächsten Mal. Die Domäne des Hutmachers Fast so erinnere ich sie Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut Anders an sich ist weder gut noch schlecht, ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe Finde den Hutmacher, Alice, er weiß mehr über anders als du Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen Gut und Böse? Machst du dir Freunde, Alice, du bist so zufällig totbringend und gänzlich verwirrt wie immer Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze Troll dich in deine armselige Hütte, ich rufe dich, falls ich dich brauche Unüberlegt wie üblich, es geht um Fall, es geht um Wad Und nun halte ein und den Mund, wie du sagst Typisch Ich hatte schon elegantere Auftritte, ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind Lise, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals legt? Hals hochgepustet hat Direkt vor Harrods Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war Oh 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 Achtung! Was ist das? Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Ah! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich WDR mediagroup Glocken Das war's für heute. Achtung! Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Was ist das? ein guter arbeiter ist ein lebendiger arbeiter zu leben und zu arbeiten ein schlechter arbeiter ist ein toter arbeiter ist ein lebendiger arbeiter zu leben und zu arbeiten ein schlechter arbeiter ist ein toter arbeiter ist ein toter arbeiter und umgekehrt sei kein schlechter arbeiter schlechte arbeiter sind klar ein guter arbeiter ist ein lebendiger arbeiter frei zu leben ein guter arbeiter ist ein toter arbeiter und umgekehrt sei kein schlechter arbeiter sei kein schlechter arbeiter schlechte arbeiter sind klar der zahltag für gute arbeiter ist unbestimmt verschoben der zahltag für schlechter arbeiter ist ein lebendiger arbeiter frei zu leben und zu arbeiten und zu arbeiten ein schlechter arbeiter ist ein toter arbeiter und umgekehrt sei kein schlechter arbeiter ist ein toter arbeiter Das war's für heute. Das war's für heute. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Betätige den Hebel um das Metall zu kühlen. Das war's für heute. 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 Oh, tut mir atmet... Das war's für heute. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Ich hab die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Ich werde dich zerquetschen. Nimm das! Die Zeit für Alternativoptionen ist jetzt vorbei. Du kommst nicht an mich ran. Nein, keine Chance. Ich werde dich zerquetschen. Das war's. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Industrie nähert sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice Sie hat das Istend in einen Abort verwandelt, du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen Verfall des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR UNTERTITELUNG WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So ist es recht. Flinker, meine feindwidrigen Freunde, nicht nachlassen jetzt! So ist es recht. So ist es recht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. 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 Wir suchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Streisenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir dich ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verschweißen uns. Das war's für heute. 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 Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack. alte Eisenbahn ist tot. und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, das war's für heute. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Aber ich will nicht. Aber ich will nicht entrinnen. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden. Tun wir nicht. Stimmt. Egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Zeit für mich. Oh no! Was aber gut. Das war's für heute. Es ist nicht möglich. Es ist mir einer Eintrittskarte. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich hab nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich... Mein... Wir können tauschen. Ich hab'n Schraubenzieher fast neu oder einen hübschen Hammer, wenn ich das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglicher, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigheit. Wegen einer logisterischen Vergeigung fehlen noch einige Show-Requisiten. Das extreberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Ente gedacht. Dann musst du die melo-getöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese wohlschmeckigen, rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eul nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber. Dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus. Wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Wohnt in dieser Richtung. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunder lagst, in diesem Land verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Aar-Aar-Wertesten zu treten. Ja. WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber sein Verhalten kann ihn verraten. Aber sein Verhalten kann ihn verraten. Aber sein Verhalten kann ihn verraten. Ach, das ist zu leicht. Aber sein Verhalten kann ihn verraten. 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 Du schaffst es nicht! Aber sein Verhalten kann ihn verraten. Aber sein Verhalten kann ihn verraten. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Aber sein Verhalten kann ihn verraten. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brauchen noch den Star, den Star, den Star! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie der Hinkriege macht mich der Zimmermann zum Muschelkalk! Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel, dir auch! Ich brauche das Plakat jetzt! Ich brauche das Plakat jetzt! Ich brauche das Plakat! Schnell! Sie können jeden Moment hier sein! Halte Sorgen und Qualen auf Distanz, da kannst du sie leichter vergessen. Schnell! 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 WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup WDR mediagroup Glocken 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 Nasses Ende WDR mediagroup Glocken 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 Glocken WDR mediagroup 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 Glocken Dein Zug WDR mediagroup Glocken 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 Bambi WDR mediagroup Glocken 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 für die Vergangen WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken